Ich brauche Energiemunition. Hallo, guck mal her. Wo war denn? Hier ist dein Körperschild. Stufe 2. Lade Schöde. Ich brauche Energiemunition. Wer riecht in der Nähe? Noch 60 Sekunden. Wir haben mich entdeckt. Stehe unter Beschuss. Wechsle zur Drohnenperspektive. Haltet mir den Rücken frei. Begeben wir uns zu dieser Position. 45 Sekunden. Es reicht, wenn wir ganz normal gehen. Achtung, der Killspitzenleiter wurde eliminiert. 30 Sekunden bis der Ring sich schließt. Hier steht drauf, wenn es knapp wird, was? Ich auch. Hier steht euer Nächsten. Genau hier. Mir. Warum konnten wir den nicht runter? Das war der letzte von den Rekord. Das Schild kommt. Äh, die Zone kommt. Lade meine Schilder auf. Komm weg. Da. Dürfte ich jetzt durch haben. Bitte? Ja. Da drüben. Hier, nehme mit. A.I. Squat down, ne? gibt mir eine sekunde heile mich da geht in einer anderen richtung da oben ist er der tot das war der letzte hier ist kurz es ist schwierig alleine zu überleben nur noch zwei andere squads wir haben es fast geschafft 45 sekunden der ring ist nah portal ne da hinten ja ja wir sind die kommen bei mir gut gemacht zweite ihr seid die Apex Champions